Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem kleinen Angezock zu GTA 5 auf der PlayStation 5. Freunde, endlich ist es soweit. Wir können GTA 5 auch auf der PS5 zocken. Ich meine, die PlayStation 2 hatte damals drei große GTAs, auch noch die Liberty Stories und Vice City Stories und so weiter. Aber, ja, quasi drei große und GTA 5 hat drei Playstations. Das muss man auch erstmal schaffen, Freunde. Aber es gibt es aktuell jetzt für 10 Euro im Store und deswegen dachte ich, ey, komm, ein kleines Angezock können wir gerne mal machen. Und mal reinschauen, wie die Version hier auf der PS5 jetzt ist. Und, Freunde, wenn ihr Bock habt, lasst gerne einen Like da, ja? Vielleicht schafft ihr ja so 1-2.000 Likes für das kleine Angezock für GTA 5. Und, ja, wie gesagt, aktuellen Szenen im Store. Wenn ihr Guthaben braucht, um euch das zu kaufen, checkt meinen Partner ab. Link in der Videobeschreibung. Gibt es auch ein Gewinnspiel. Wie jeden Monat. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick, es sieht schon echt gut aus, die Optik. Zumindest besser, als ich das Ganze in Erinnerung habe auf der PS4. Und ich muss ehrlich sagen, 10 Euro ist fair. Also das ist wirklich fair, muss man ehrlich sagen. Das Angebot gilt aber nur die nächsten Wochen. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber ab einem gewissen Punkt ist es teurer dann, das Spiel. Das heißt, wenn ihr euch das holen wollt, macht das lieber jetzt. Aber ich will dir jetzt auch kein Quatsch erzählen. Ich glaube, ich habe da irgendwas gelesen. Und wir zocken jetzt einfach mal die ersten 10, 15 Minuten rein. So, die Sicht ist natürlich auch am Start hier, die EU-Perspektive. Nice. Ja, mit der Kohle hier. Warte mal eben kurz. Warte mal eben kurz, direkt Musik ausschalten. Es gibt eh Probleme nur. So, warte mal. Ja, 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 ist gut, ist gut. Sorry, sorry, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, wie es läuft mit den... Was gibt es denn hier? Warte mal, wir können ja ganz kurz mal die Einstellungen kurz gemeinsam abchecken. Kamera, Anzeige, Wiedergabe 3. Leistung? RT-Leistung? Wiedergabe 3. Ah, RT. Leistung. Ah, ist dieser RT-Leistungsmodus, versucht er wahrscheinlich aus beiden Welten das Beste rauszuziehen, oder? Ich gehe mal davon aus. Keine Ahnung. Also, ja, nee. Helligkeit passt so. So. Ja, okay. Ah, da geht's. Oh, there's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. What's the hold up? Coming out, B. Give it up! I got him! I saw your face, I'll remember you. You forget a thousand things every day. How about you make sure this is one of them? Unseen his eyes! He's crazy! No one's crazy! Right? Think! Be cool! I'll do it! Fuck! Sorry! You didn't have to do that! Let's get going! Na ja, lieber er als wir, wa? Ich muss ehrlich sagen, das sieht nicht schlecht aus, die Optik. Sieht nicht schlecht aus. Wahrscheinlich für einen PC-Spieler absolut gar nichts Besonderes. Ja, ist ja klar. Aber, ist okay. Kann man machen, ne? Ist okay, finde ich. Oder? Was sagt ihr? Reicht jetzt natürlich keine Bäume aus, ist klar, aber... Jawoll, kommt her, ihr Schweine. Ihr Bullen-Schweine! Wer hat den denn da rausgeballert? Jawoll, schön, easy, easy. So, kurz mal wechseln. Der ist tot jetzt, der auch. So, ich fahre, ey. Ich fahre. Können wir denn nicht fahren? Achso, nee, stimmt, wir müssen uns ja erstmal durchkämpfen, ja, sorry. Oh, nee, das letzte Mal ist ein bisschen... Ist ein paar Jahre her, dass ich das gespielt habe, sorry. Wir müssen uns ja erstmal hier ein bisschen weiter durchkämpfen, stimmt. Später fahren wir ja erst weg. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die Optik ganz gut. Also, für so ein altes Game... Kann man es schon mal machen, oder? Find ich. So, explodiert er nicht irgendwo? Okay. Dann machen wir es halt so. Gut Schweine. Komm, 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 komm. Kann man ja nur hoffen, dass vielleicht endlich mal irgendwann GTA 6 rauskommt. Es ist halt... Es ist halt wirklich so. Die PlayStation 2 vorne... Die PlayStation 2 hat einfach drei große GTAs bekommen und GTA 5 ist auf drei Playstations drauf. Ich weiß nicht, ob da auch irgendwie so ein Battle zwischen Skyrim und GTA 5 existiert. Wer bringt das Spiel auf mehr Plattformen raus? Da hat Skyrim dann doch gewonnen. Ja, weil das gibt es ja sogar auf der Switch. So, da ist nämlich unser Fahrzeug. Genau so war das nämlich. So, let's go. Hier, Rainer. Garter. Ja, mit dem. Ja, das ist ja. Ja, ja. Da ist ja. Ey, ja. Ja, du bist immer noch. Ja, ja. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich werde nie zu. Ja, ich glaube, ich glaube, ich soll. Ja. Hey, das ist doch Arnis Spruch, man. Hey, das fühlt sich ganz cool an mit dem Controller gerade. Der Untergrund mit dem Fahrzeug. Geil. Ey, das fühlt sich richtig gut an mit dem Controller, man. Ohne Scheiße. Ich möchte auch mal einfach behaupten, ich weiß nicht genau. Ich möchte mal behaupten, wäre die GTA-Trilogie nicht so ein richtiger Dreck gewesen. Also vom Zustand, vom technischen Zustand. Ich weiß nicht, ob sie das Spiel dann für 10 Euro angeboten werden in GTA. Ich weiß ja nicht so genau. Ich weiß ja nicht. Was? Stick to the fucking plan. Komm schon. Where the fuck's the chopper? Fuck. 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 Ich werde nach hinten schauen. The fucking bed. Someone let the fucking talk. Alright, Brad's gonna be fine. Wir müssen die fucken aus. Ich treffe überhaupt gar nichts. Komm schon, ihr Schweine. Komm schon, ihr Schweine. Hey, du, 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 hey. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, du, du. Oh, oh, oh. Where's the chopper? I don't know what you're talking about. Fucking stay back. You come near me, she's fucking dead. Stay back. Oh Gott, help me. Help. Oh. Go. Go. Okay, das war Trevor Weg. So schnell kann es gehen. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael, is like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries. But we know that you will show mercy to our friends. Your son, James, he's a good kid. He's a good kid. A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements. These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. A sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. I'm going to be a little bit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020